Barlebens Ortsbürgermeister Frank Nase auf dem Weg zu Manfred und Gisela Stieger, die hier in der Rotenseer Straße ihre Diamant in der Hochzeit feiern. Diesmal ist er nicht allein, denn auch Bürgermeister Franz-Ulrich Keindorf und der Vorsitzende der SPD-Ortsgruppe Reinhard Lüder sind gekommen, um dem gesellschaftlich so aktiven Paar die Glückwünsche zu überbringen. Alles Gute, Freitag. Ein problemloses Zusammenleben, wer es so lange ausgehalten hat, der wird es auch weiterhin schaffen. Ich denke, da gibt es keine Zwischenfälle mehr. Ich habe was mitgebracht, wir haben ja vieles dabei, aber das ist mir für den Mann, das ist was Schwieriges. Das gibt es auch dir. Manfred Stieger, gelernter Maurer, hat Bauingenieur studiert und sein ganzes Leben lang bei unterschiedlichen Arbeitgebern und nach der Wende auch selbstständig als Baufachmann gearbeitet. Seine Frau Gisela ist gelernte Kauffrau und hat erst im Büro und später als Investbauleiterin für die Magdeburger Museen gearbeitet. Die beiden haben drei Söhne, fünf Enkel und zwei Urenkel. Und wenn eine Ehe 60 Jahre lang hält, dann gratuliert auch der Ministerpräsident. Zum 60. Geburtstag, dem seltenen Fest der Diamantenhochzeit, spreche ich dem Ehepaar Manfred und Gisela Stieger in Barleben meine herzlichsten Glückwünsche aus. Magdeburg, den 22. September, der Ministerpräsident. Höchstpersönlich unterschrieben. Aha. Ihr Berund. Na bitte. Dürfen wir in aller Form und Höflichkeit. Auch von Orts TV alle guten Wünsche zur Diamantenhochzeit dem Ehepaar Stieger, vor allem aber Gesundheit.